Brücke ist die Jargonbezeichnung für einen festsitzenden Zahnersatz, bei dem mindestens zwei Zähne überkront werden und mit einem oder mehreren Zwischengliedern verbunden sind. Sie sehen eine dreigliedrige Brücke in der oberen linken Ecke. Das Gerüst ist in diesem Fall aus Gold. In der Mitte sehen Sie eine grafische Illustration, wie mittels dieser Brücke die Zahnlücke geschlossen wird. Darunter die Brücke von der Außenansicht. Normalerweise ist also das Brückenglied links und rechts von Zähnen, die als Pfeiler dienen, begrenzt. Eine Verblockung von einzelnen Zähnen, also wenn keine Zahnlücke besteht, ist nicht nötig. Der Techniker und der Zahnarzt ersparen sich durch die Verblockung der Zahnkronen Arbeit. Sie haben aber dadurch Nachteile. Eine Verblockung von Zähnen ist also nur bei fehlenden Zähnen sinnvoll. Um eben die Zahnlücke durch ein Zwischenglied zu überbrücken. Manchmal macht man überhängende Brücken. Das heißt, man verblockt zwei aneinander grenzende Zähne und lässt ein Endglied überhängen. Nach vorne, also weg vom Kiefergelenk und maximal einen Zahn als Überhängsel sind solche Konstruktionen legitim. Nach hinten, also zum Kiefergelenk hin, zum Beispiel als Ersatz eines Mahlzahnes, sind solche Brücken nicht sinnvoll. Im Seitzahnbereich sind die größten Kaudrücke wie bei einer Schere. Deshalb haben die Backenzähne so massive Wurzeln. Die starken Kaudrücke wirken somit auf das Überhängsel. In Kombination mit der Hebelwirkung werden die Pfeilerzähne zu stark belastet. Knochenabbau und Zahnschäden über Jahre hinweg sind die Folge. Auch sollten Brücken nicht zu weit spannig konstruiert werden. Auch das führt zu Pfeilerzahnüberbelastung und somit zum Zahnverlust, meistens nach Jahren. Der Trend geht immer mehr in naturgetreue Rekonstruktionen. So werden heutzutage Zahnlücken immer häufiger mit künstlichen Zahnwurzeln, Implantaten, geschlossen. Eine Verblockung von Zähnen wie bei der klassischen Brücke ist immer seltener notwendig. Mehr zu diesem Thema im Video Implantate. Bei der Brückenausführung, genauer gesagt beim Zahnbeschliff, existieren enorme Unterschiede. Deshalb halten manche Brücken 30 und mehr Jahre, andere wiederum nur einige Jahre. Worauf Sie bei einer Zahnbrücke achten sollten, wieso das Zahnfleisch sich häufig bei schlechten Brücken zurückbildet, erfahren Sie im Video Krone. Eine gute Brücke ruft keine Zahnfleischentzündung und oder Zahnfleischrückgang vor. Sie ist nicht zu erkennen und hält mehrere Jahrzehnte. Auch wenn die Brücke einmal erneuert werden muss, dann sind die darunter befindlichen Zahnstümpfe in Ordnung. Zahnfleischentzündung Zahnfleischentzündung Zahnfleischentzündung